Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 und LS19 True Farming Projekt und wir sind heute hier beim Kartschlag und holen uns unsere Ergebnisse ab vom Feuerwehrtest, was in der letzten Folge passiert ist. Wer es nicht gesehen hat, einfach vorbeischauen und gucken und schaut mal, was Miguel verantwortet wird, weil ich glaube, der hat alles falsch gemacht. Hallo. Ja, meine Herren. Ja, moin. Ich habe das ausgewertet. Wir machen das ganz kurz und schmerzlos. Wir haben beide von sieben möglichen Fragen fünf richtig beantwortet. Oh. Alle beide gleich. Nigel, es gibt fünf. Nee. Fängt er wieder so an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst echt überrascht von Ihnen. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Haben wir die gleichen falsch beantwortet? Nein. Eine Frage haben Sie falsch beantwortet, was eine Verbrennung ist. Da haben Sie beide falsch gelegen. Eine Verbrennung ist eine schnell laufende Oxidation unter Licht- und Wärmeerscheinung. Das haben Sie beide falsch. Ach, da habe ich lange überlegt. Da habe ich sehr lange überlegt an der Frage. Dann haben Sie, Herr Manos, falsch. Die Hauptlöschwirkung von Wasser. Das besteht nur aus Kühlen, sonst nichts. Verdünnen? Verdünnen ist nicht mit... Ja, ich habe ja Kühlen. Wie willst du Feuer verdünnen? Na, vielleicht aber das brennbare Material, wenn es flüssig ist, verdünnen? Er hat aber noch Feuer gefragt. Du kannst Alkohol verdünnen mit Wasser. Oder kein Feuer. Du bist... Also man muss schon sagen, du bist... Wahrscheinlich... Dass du nicht der Ausbilder bist, das wundert mich. Und bei Herrn Friesi bin ich ganz glücklich, dass er nicht sehr weit vom Feuerwehrhaus weg wohnt, weil denn er hat die Frage falsch beantwortet im Einsatz bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus mit Kraftfahrzeugen. Bist du... Ja, also wie kannst du das falsch beantworten? Also jetzt... Das ist ja wohl... Sagen Sie mir mal die richtige... Oder erst mal meine falsch und dann die richtige Antwort? Also die richtigen Antworten ist, im Interesse der Sicherheit immer besonders vorsichtig und umsichtig zu fahren... Habe ich doch angekreuzt. ...ist auf die Inanspruchnahme von Sonderrechten zu verzichten, da andere Verkehrsteilnehmer dieses nicht erkennen können. Gilt der Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit? Das sind die drei richtigen Antworten und Sie haben leider nur zwei davon angekreuzt. Ah, ich habe... Gilt der Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit und ist im Interesse der Sicherheit immer besonders vorsichtig und... Ja, okay, gut. Also Sie sind der Meinung, dass Sie Sonderrechte in Anspruch nehmen dürfen? Ja, habe ich gedacht. Interessant. Ja, wenn Sie zu fuhren... Wusst gar nicht, dass du ein Blaulicht und Martins drin hast. Ja, das ist bei Herrn Fritzl so, er rennt hier dann rüber und macht... Wiu, wiu, wiu... Nee, der hat immer so einen Helm auf mit so einer Lampe oben drauf. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe gedacht, dass die Feuerwehrleute, damit die schneller, sag ich mal, zur Wache kommen oder was auch immer, vielleicht ein Blaulicht haben dürfen oder so. Deswegen hatte ich... Manche, tatsächlich kenne ich das bei uns aus der Nachbarhut, dass es tatsächlich Leute gibt, die das machen, aber ich glaube, das ist nicht zulässig. Also es gibt in der... Also jetzt mal ganz im Ernst, es ist in der Feuerwehr so, ich sag mal, ein Gemeindebrandmeister, so wie meine Wenigkeit. Wir haben eine Sonderregelung von der Polizeidirektion, wo wir einen Antrag stellen konnten und wir dürfen mit unserem Privat-Pkw mit Blaulicht um Martinshorn fahren. Jeder, ich sag mal, ganz vorsichtig in Anführungsstrichen normale Feuerwehrmann, darf das natürlich nicht und hat sich ganz normal an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ja, okay. So ist es Fakt. Gut, damit habe ich mein Ergebnis, was ich brauchte. Alles bleibt erstmal so, wie es ist. Herr Fritzel, Sie sind entlassen. Herr Marnus, Sie holen bitte den Herrn Hafer unverzüglich rein, damit wir ganz schnell diese andere Sache noch erledigen können, damit wir heute nochmal vorankommen. Okay, Herr Hafer reinholen, ja? Ach so, ich bleibe da. Sie müssen mit hier bleiben, selbstverständlich. Okay, 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 okay. Sie können gehen. Ja, ich war ja gar auf dem Weg, so haben Sie mir mehr Frieden gesagt. Erschlag? Hallo? Erschlag mal ganz schnell weg. Hallo? Hallo, meine... Oh, was ist denn hier los? Baustelle. Ja, ich müsste gerade lachen, Chef. Wie Baustelle? Weil der Ziegel, der ist doch schöne Bilder. Was wird denn hier schon wieder gebaut? Wir lassen hier bis hierhin begrünen. Wir haben jetzt mal 3, 4, 5 Millionen... Also, wir haben jetzt mal 3, 4, 5, 7, 10, 20 Millionen Euro in die Hand genommen. Und da wird jetzt nochmal der gesamte Bereich ausgestattet. Also, ich finde, man könnte noch ein bisschen Gras platzieren. Ich finde das irgendwie zu wenig. Man könnte vielleicht noch Busch oder so. Ich würde gerne beantragen, um über mehrere Jahre keine Steuern mehr zu bezahlen. Oh, da bin ich dabei. Dem Antrag stimme ich zu. Aber Herr Bayer, vielleicht können Sie ja mal auch der Baufirma mal ein bisschen anregen, ob die nicht vielleicht mal eine Baustelle fertig machen wollen. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge die haben, dass die über eine Baustelle aufmachen können. Und wie viel angestellt haben. Wir müssen sofort los. Der Karl will uns. Ach. Der wartet in seinem Büro. Entschuldige, meine Herren. Wir müssen das mal kurz. Ja? Ganz kurz, wenn Sie fertig sind, können Sie noch mal kurz zu mir kommen. Ja, mache ich gerne. Okay, bis dann. Bis dann. So. Da sind wir. So, da sind wir schon. Ja, prima. Ich habe Ihnen beiden das Prüfungsdokument... Wo sind Sie denn? Ja, moin. Ja, guten Tag, Herr Schlag. Moin, Herr Hafer. So, und zwar, das Prüfungsdokument sollte Ihnen vorliegen auf Ihren Tablets. Ja. Ist dem so. Vielleicht hat es ja diesmal besser geklappt. Ja. Genau. Multiple Joyce Fragen. Alle vier Antworten können richtig sein. Eine, zwei, drei. Ich bitte Sie beide, diesen Test auszufüllen. Ich bitte Sie darum, sich nicht unbedingt gegenseitig zu helfen. Sie können beide hier im Büro bleiben. Ich muss eben einmal kurz rüber zu dem Herrn Faul. Bitte Sie, dies auszufüllen. Sie haben zehn Minuten Zeit. Ich komme mal wieder rein. Und dann werden wir das kontrollieren. Es geht hier um echt darum, wer in Zukunft noch, ich sage mal, Gefahrguttransporte ausüben darf. Geben Sie sich Mühe. Ja, okay. Ja, machen wir. Geben Sie raus? Ja, ist raus. Los, auf geht's. Doch nicht beschissen, Chef. Denk dran. Ja, ist schon klar. Warte mal, ich muss mal das Dokument wiederfinden hier. Was ist Benzin? Brandklasse, weißt du das? Äh, B? Ja, nee, Brandklasse C. C? Ja. Safe? Ja, ne, vertrauen wir doch, Chef. Okay, zur Brandklasse... Leu. Zur Brandklasse... Zur Brandklasse... Ja, ich weiß. Zur Brandklasse C gehören... ja es ist der verrät ja in der zweiten frage die erste antwort ja sie ist ja er feste brennbare stoffe flüssige brennbare stoffe weil es geht ja um benzin ach so dann dann müssen sie ja flüssige brennbare stoffe jetzt sein moment dämpfe brennbarer flüssigkeiten bist du sicher dass das c ist benzin vertrauen wir doch wünschen immer achi bist du sicher ich bin immer sicher obwohl nee das passt schon so aber jetzt lass mal nicht zu viel abgucken nicht dass er hier dann wieder reinkommt und also brandklasse c gehören dann demzufolge flüssige brennbare stoffe denn sind dämpfe nee weil mal explosionsgefahren bestehen wenn eine explosionsfähige atmosphäre vorliegt wenn ein gemisch von brennbaren gasen dämpfen mit luft innerhalb des explosions grenzen vorliegt wird jetzt mal ja sagen beim abkühlen von druckgas flaschen das ist das dass das war frage fünf ich vertraue dir nicht ich glaube ich glaube du hast keine ahnung ich weiß mal öffnet wenn ihr eine ahnung hat von uns beten dann bist du es ok so meine herren die hälfte der zeit ist rum fünf minuten haben sie noch was ist denn fliehkraft zerfall das habe ich noch nie gehört drittens nach einem fahrschiff doch der namische folgende brennbare stoffe stoffe dürfen nicht mit wasser gelöscht werden nicht mit wasser ich bin kein die mit wasser heftig reagieren benzin und leistmetalle glaube ich als coole papier doch wenn den x vor der gefahrnummer steht ich kenne keinen x achi weißt du ob beim abkühlen von druckgas flaschen explosions gefahr besteht ne das ist quatsch das ist quatsch aber hier auf fliehkraft zerfall ja chef das müsst ihr eigentlich wissen was ist das sag mal ja zerreißen eines rotierndes maschinenteils mensch sagt doch der name schon ok so ok siebentens was was hast du bei fünftens chemisch stoffe beinhalten die gefahrschädigung durch reizwirrungen an oberflächen entstehen zu lassen ja oder beinhalten die gefahrschädigung durch e-zwirrungen an oberflächen entstehen zu lassen ja beinhalten gefahren insbesondere für atemmengen sowie konzentration zurückzuführen sind ja ja sind das spezielle kennzeichnungen kennbar ja ja logisch art begriffe sind stoffe die über atemwege in den körper eindringen können atemgifte ja das stoffe die über die haupt hautatmung in den körper eindringen können auch hast du deine haut jemals atmet ne sind stoffe die im körper nicht gesundheitsschädigend wirken ne das ist ja quatsch können gase, dämpfe, steufe, aerosole sein ja für was steht dieses zeichen gefährlich hochentzündlich hochentzündlich wie laut die gefahrnummer für diesel 33 das hab ich schon mal gelesen oder 32 oder 33 irgendwas mit 30 30 30 sicher klar 33 gar nicht wahr 32 nein 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 33 wie lautet die UN-Nummer für diesel? boah das weiß ich nicht 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 12 05 05 schreibt der chat so oder zahl ist dabei ganz gut aus war das jetzt meins oder harrys bei 1 von beiden jetzt kommt das nächste wo die frage haben wir denn hier neun insgesamt also müssen sie richtig wer von ihnen war das denn ich glaube manche schüssel fehler kind ja da haben wir ein klares ergebnis würde ich behaupten ja er sieht glückwunsch wir haben null fehler ja hier habe eine schlechte nachricht für sie die wäre und eine google welche möchten sie erst die schlechte schlechte ja diese durchgefallen und mir oder definitiv die gute können die arbeit fürs diese fahren ihren kollegen übergeben das brauchen sie nicht mehr machen also haben sie ein bisschen mehr zeit ich bin wirklich durchgefallen definitiv also da kann ich echt gar nichts mehr machen weil das ist ja katastrophal wenn sie noch nicht mal die gefahrnummer für diesel kennen also da tut es mir echt leid da hört es bei mir echt auf da ist der spaß zu ende weil sie transportieren das und wissen gar nicht was es ist sie müssen ihr fahrzeug auch dementsprechend kennzeichnen also wissen sie ja gar nicht was sie da dranhängen müssen so ein schild also da muss ich mir echt noch mal gedanken machen dass wir definitiv eine nachprüfung geben wir hatten sie sich hin und lernen naja solange wird von ihnen kein diesel transportiert verstanden die mitarbeiter gerne aber sie nein was hatte ich alles falsch vielleicht zur aufarbeitung kurz wir können eher gucken was sie richtig haben das werdet also dieses zeichen für wasser steht hochentzündlich hatten sie richtig und was sie richtig hatten war waren folgende brennbaren stoffe dürfen nicht mit wasser gelöscht werden alles andere war leider falsch also ich bin ja nicht auf den kopf gefallen und ich habe auch die ganze zeit auf einer seite von der tür gestanden und habe ihre gespräche etwas gelauscht jetzt mache ich mir natürlich noch mehr gedanken der hafer hat null fehler sie haben sich fleißig unterhalten die ganze zeit und sie haben alles falsch also irgendwie naja wir werden uns wieder sehen wir werden uns treffen und dann werden wir das ganze noch mal nachprüfen und ich hoffe dass sie da habe ich zu einer frage meiner was nachfragen selbstverständlich die sechs atemgifte sind stoffe die über die armen wegen den körper eindringen können ja können gase dämpfer stolper und aerosol sein wir haben da 1 vergessen anzukreuzen sind drei antworten richtig welche welches ist noch richtig ab und d b b ja harry du hast b angekreuzt so du hast b angekreuzt sind stoffe die die hautatmung in den körper eindringen können ja es kann halt schon ein bisschen komisch aber ich dachte mir gut was komisch klingt du hast mich doch blöd gemacht weil ich das ankreuzen wollte ja ich wollte es ja noch sagen da kann das lag ja schon rein ja was kann ich denn dafür wenn du die anderen antworten nicht richtig ein kreuz jetzt bin ich gut an schuld oder weiß meine herren das war es erst mal für heute hier wie gesagt herr hafer sie können auch gerne den diesel transporter wenn der bayern das freigibt wieder mitnehmen fragen sie aber nur nach herr mal los wie gesagt wir sehen uns ich lade sie wieder ein in geraumer zeit und dann werden wir gucken ob sie sich vielleicht doch ein bisschen mit dem thema beschäftigt haben okay aber es war meine herren fehler danke tschüss wo harry du hast mich jetzt mit absicht die kacke geritten oder überhaupt nicht was mit absicht mir falsche antworten gesagt nein das ist überhaupt nicht richtig doch mal was machen wir schon mal klatschen antworten sagen du hast du mir gesagt nee ich vertrete ja nicht das war deine worte da hast du kiel oder was sage ich nur ja ja ich bin ich habe ganz normal meine jetzt ja auch hier bei männer ferro so rum zu schreien ja ich schrei doch nicht das ist aber hallo herr feroz hallo herr mann uns dafür kurz eintreten natürlich würde das und drin ich würde das gerne mit der spende direkt erledigen ja würde ich ihnen direkt überweisen das geld ja für die feuerwehr die freiwillige das zeichen meiner guten absichten hier sind einmal die 25.000 genau und dann den anderen strafbescheid kriege ich ja noch das kommt im lauf der kommenden woche okay perfekt gut aber dass dies mit der spende schon mal erledigt ist ja genau ich werde es notieren und mir entschlag noch mal mitteilen danke vielen vielen dank schönen abend noch ihn auch einen tag noch so ja ja was mal warum bin ich dran schüttelt ja wenn ja mit hallo hallo hätten sie kurz zeit weil ich etwas für sie ja gut ich muss sie zum herrn bayern passt er muss ja auch dabei auch mitkommen das dauert nur eine minute na dann ist schneller los ja jetzt muss essen und auch noch muss er will nicht ganz hallo ja ich soll ihm was geben vom raimund aus für die gute zusammenarbeit und sie haben sich ja sowas schon mal gewünscht warzeugpapiere liegen drin und hier ist der schlüssel danke bitte wünsche ich euch noch einen schönen tag einsatz feuerwehr schwatzingen brandmeldeanlage gemeindehaus es rücken aus hlf die lk ende der durchsage in eine geschäft weiß ist das ja gut ja und fritte ja so schnell kann man ja nicht jetzt ja aber tun sie mir mal gefallen fahren mal die autos raus weil das ist die brandmeldeanlage von hier deswegen mein bock dass die autos hier mit drauf gehen was denn los hat die brandmeldeanlage von der stadt ausgelöst oder kommt immer mit fritzel ist ja noch nicht da kommen sie mal mit ja er war ja ja wir müssen einmal die brandmeldeanlage checkt ja er war ich wollte sowieso gerade zu ihnen dann machen ja sie warum die ist dann melden bei einem technikraum oder ja hier in dem kasten drin wo will sie gucken wir hier einmal wo sind ja er steht da hinten in der halle ich weiß nicht was er macht ich glaube der hafer geht schon zu ihm und zwar wir haben die laufkarte hier einmal die karte hermanos das sieht mir so aus welches ist in das büro oben hoch und dann ganz gerade durch wir gehen mal schnell hoch ja dann ist das hier was passiert ist hallo sei es ist hier von qualm was hier passiert deswegen wollte der auch feuer von mir alle mann raus hier absolut nicht sie wollen zu fassen der mann muss ja sachsen geht raus und sie mal bitte hervor kommen sie mal mit der achsen fahrzeugen und zerschlagen mal bitte das fenster von dem mv sein büro die ganzen fenster sind ja hier nicht zum öffnen wir müssen irgendwie den belüftung schaffen mir gut doch kommen wir mit zum rtw idee wohl so was mit dem frisier steht hier rum ist tag der offene tür oder gehen sie mal zum rettungswagen bitte legen sie sich mal auf die brittscher bitte ich merke mir jetzt ein glas durch der sachsen das ist ja hallo aber kurzen polis füllen ich war gerade bei türen aufmachen und so ist das also offen ja ja hat reingeschmissen was klar denn den hochlöfter bitte rausholen hier von die tür stellen und ordentlich wind rein pusten hier jawohl jawohl ja ja unterstützt wird immer eine maske aufsetzen wir tragen hier mit dem scheiß nachter es ist ja ich gedacht schwer ich verschläge ich glaube wir haben ja den herrn dachsen hier haben sie erfahrung ja sachsen ich bin ganz die bratwurst ist noch auf dem grill wollen wir nicht allen ernst ist jetzt erzählen dass sie da oben gegrillt haben oder und ich muss den test machen herr verheiß wie sieht es alles mit dem gunter beim hahn sachsen ist es ganz akut wir brauchen sauerstoff hinten rechts in der er hinten links ist noch eine flasche mit einer maske also herr mann und herr faul also sie begeistert mich immer wieder ins krankenhaus bringen die beiden ja ich bin auch selbst mein größtes vorbild also wir müssen aber warten bis die überdruck belüftung durch ist der sachsinn hören sie mich hallo also dass der herr faul leichen sprung oder schüssel hat das wusste ich ja aber dass sie sich auch noch damit ins büro setzen und grillen was ist denn bei ihnen nicht richtig das ist ja wissen sie was hätten da passieren kein glühwein angeboten wie viel haben sie denn getrunken mikrowellen glühwein du weißt ganz genau war ja ja heute sie ja ich trinke eigentlich kein alkohol wenn sie sich vielleicht dann später kümmern wollen also das fenster von dem herr faul sein büro haben wir jetzt weil das nicht zu öffnen waren wir mussten auch luft öffnung schaffen also ja dann muss der rv doch dann selbst für aufkommen ja das ist eigentlich durch also wir können normalerweise einmal um die station oben kontrollieren ob rauch frei ist und dann alles wir sagen wir stehen bei mir stehen auf herr faul dann hole ich sie mal mit ertrage ich kann ja auch laufen sie bleiben jetzt liegen wir haben ekg anhängen und haben sauerstoff aufsachsen wir gehen wir gehen da weiter weil ihre sauerstoff sättigung im keller ist mal lieber mit sachsen du musst du musst dich bestens erholen du musst dafür bauen wir gehen auch mal mit rein ja da oben auch frei ja ja auch frei ist die würsten sind auch fertig ja dann bringen die würstchen mit und packen wir rein hier sind wir fertig soweit ja meine lieben freunde vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder das als gebürtigen abschluss sonntag genießt den abend noch mit der familie bleibt gesund leute in die schönen stadt in die neue woche wir sind erst mal raus ich habe für sie vorbei bis dahin kurz auf euren nacken tschüss